Okay, die Herrschaften, da sind wir wieder. Zurück im vertrauten Heim. Pass auf, Treppen. Die Treppen aus Limestone. Da wollte aber noch die Ecken. Ja, wo wir hinfallen, sind ja gleich gemacht. Weckwut. Treppen. Ja man, wirf dich zusammen. Richtig, dein Spaß, dein Blut. Ja, das ist evil. Ja, das ist evil. Er brauchst du irgendwo. Auf Holzsticks. Und dann kann die noch meine Ziegelbrenner. Ja, ein Blattl hier. Damit die weitergehen, mein. Ich denke das, da glinnen die Öfen. Das war von Honig. Iron Fence. Ich glaube, den brauch ich noch. Oh, es dämmert. Schön langsam. Aber, sollt nicht aufhalten. Besser auf dem Baum. Da ist ich gerade schön. Besser auf dem Baum. Pflanze mal eben so. Damit es doch nicht so laut ausschaut. Bei zarten Riggi-Klingen geht's um Haufen. Jetzt muss ich wahrscheinlich. Ich muss nichts mehr aufbauen. Hätt das. Verflügen die Fenzen. Ja. Musik Ah ja, die Mitte ist schön wohl hier unten, he? Musik Musik Ja, brauchen wir jetzt mal den Mausten fertig. Der Mausten ist ja Verzweiflung. Musik Nein! Musik Ah, das Blöde ist doch immer nicht ohne Glück. Hälfte nicht, Moment. Au! Das war der Hexen. Dann werde ich mich verleid, ich mache mir auf die. Du, nur mit Päppel, außer da geh. Nichts für die. Musik Scheiße, den mogen ich. Musik 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 Oh, Vorsicht, Küllerschweine. Musik 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 Ich möchte es noch hinten haben. Eine Lampe, also. Aber, da war es das, oder wie? Oder, also, Lampen. Ja, gut. Ich lass dich später treffen. Schwein, ab damit. Hier, Rappen brauch ich gar nicht. Aber Leder brauch ich. Okay, Leute. Ein Mastel fertig. Naja, dieses riesen Ding, da. Oh, oh, oh. Was hab ich da? Scheiße! Etwas eBay-Alarm. Oh, ich rede da rum. Eine Geiterkruppe. Lampen. Passt auf, und den Zaunmächter. Zaunmarsch. Röleit. Haben wir aber noch die Dunkel. Okay. Wie schaut's denn aus, oder was da gehst du denn? Bekanntlich tut er das gern. Wahrscheinlich nix. Jetzt hab ich halt irgendeine Treppen hier geh. Scheiße. Keine Treppen. Aber lauf, leg mich zurück. Und bei der Gelegenheit geh ich erst mit Penner. Wenn ihr nachfressen, die kurz umgehen. Jetzt könnten aber meine Treppen nicht mehr ausgelungen. Geht schon noch. 148. So, wer ist fertig? Ah, wer? Gelangt das? Einmal den Lado machen. Becken. Da wird einer geh. Okay. Nein, Mann. Einen brauche ich. Den sollt ihr ein bisschen immer dabei haben. Damit ihr mal was machen könnt. Okay, Piraten und Piratinnen. Geht zurück zum Hoffen. Da tippt das gleich wieder. Kroppe. Einen brauche ich da. Einen brauche ich da. Ja. Die Bär vom Herrn lässt so wünscht übrig. Es ruckelt dauernd. Je mehr das faust, immer so schlimmer wird. Also meine Segel, kommt links, da fehlt noch was und dann möchte ich wieder einen Zaun, herr für mich die Lotten, herr für mich die Lotten, ich mache mir das da, ich mache mir ein bisschen bequemer, Pass auf, das Segel ist umherz, einen Stammmächter, Vorsicht, ab tut's, oh Gott, ich habe mich fort auf die Schnauze gekaut, Wollt du da gießen? Nee wieder! Ein Holztreppen. Die Außere Ecken. Ja, Kuppel. Ich bin natürlich nicht dabei. Scheiße. Keine Treppen. Dann werde ich das erste Mal steigen mit rauf. Dann möchte ich auch noch was haben. Ja, Mann. Hat der Segel schon, oder? Er braucht der Segel. Ich brauche einen Sanitäter. Ich brauche meinen Huxbruch. Ich brauche meinen Huxbruch. Ja, somit klappt das auch. Eine Krise am Boot. Ich brauche meinen Huxbruch. Ich brauche den Huxbruch. Ich brauche den Huxbruch. Ich brauche den Huxbruch. Ruhig! 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 Im freien Fall nach unten geh! Jetzt haben wir gerade das letzte Treppen geh! Ruhig! 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 Ja gut, warte auf! Leg mal in Druck! Zurück ins Vertraute Lager! Ja! Ja!